Hallo Leute und Willkommen zu nem Kleine Runde Gangster äh äh Gangster 4 oder? Auf jeden Fall ein gutes Spiel Ich hab schon weg Ich bin krank oder? Seh ich gut auf? Ich hab Hände in der Hand Alter ich bin so Psycho Pass Papa Aber auf jeden Fall ist es ein sehr lustiges Spiel Ich werde einfach nur was weiß ich was machen ähm weil ich werde einfach so naja würde ich in diesem Spiel würde ich einfach scheiße machen also okay viel Scheiße machen also ich würde wagen wir fahren mal mal ja das ist und dann 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 und alter was fährst du für ein Wagen alter nein 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 warte 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 dann nehme ich die komm die werde ich jetzt abknallen komm die Sniper die passt immer warte 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 nicht durch die Scheibe diese Unlogik warte 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 nicht vorbei nein kann es sein wenn sie alle dumm seid alter ich hasse euch ja 20.000 hier ich will doch mein Gold abholen hier gibt es nichts was man machen kann zumal bin ich beim Haus bin ich hierher geräumt keine ahnung nein warum guckst du mich nicht an du liebst keine Gäste soll ich schlagen jetzt wie ist du gest alter bist du dumm dafür kriegst du noch einen Schlag auf die Fresse alter er war einfach zu dumm und zu fett für mein Leben so schön über seine Leiche nochmal durch aaah seine Leiche wurde direkt weggebracht oh dein Verwandter dein Bruder das ist doch dein Bruder das Auto hat ihn getötet ich weiß nicht nein er lebt noch habt ihr das gehört oh alter das ist doch das schnellste das ist der schnellste Wagen im Spiel oder warte warte und wili 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 scheiße au was machst du hoch was du das du füllen Ja. Hast du Hunger? Guck mich an. Guck mich an. was ist dein problem was hast du für probleme was willst du eigentlich willst du einen schraubenschlüssel in die fresse ja das willst du oder wenn du wegfällst dann heißt es ein ja ok ok was bist du nur für ein weichei und runtergefallen runter geschubst du bleibst jetzt liegen du bleibst liegen habe ich gesagt okay dann müssen wir die erhalt du wolltest es nicht anders hallo willst du feiten du gehst mir langsam auf die nerven auf mich zu schlagen wie man richtig weiter das ist eine box gefickt das war meine künstler guck mal willst du sehen du willst stress oder warum schubst du mich habt ihr das gesehen alter ist das ist doch der beste skill alter ist doch einfach nur skill wie könnte es nicht leute schickt mir hinten so ein video oder so keine ahnung ich blende wenn ich schneller als das auto war das eine frau oder mann wir verpissen uns erst mal von der kundig sagt man polize immer mehr kommen hier wieder hoch und dann ist alles okay das für ein psycho im radio die einfach so reihe bestimmen ich lasse los jetzt bis zur schnelleren beschleunigung ich kann aber nicht lenken wenn ich so durchstarten wenn das verdammt langsames auto ist langsamer als immer loslassen guck gegen den stein gefahren das war verdammt genie es war so geplant und war auch regelmäßig habt ihr den skill gesehen so war es nicht geplant ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe hier hier mit oben also karte mann er wollte noch aufgenommen also um helo 4 ihr müsst euch das unbedingt anschauen stimulierende substanzen es ist du hast ein scheiß auto wir sind dafür bestraft dein auto ist ich habe doch nur das auto geschlagen der transporter passgut verpiss dich komm her packte polizei an ja ich habe ja nur noch ein schlag leben die frau warte warte ich mache ich die polizisten er konnte in die im Leben dass man zu hause und das war gerade man zu hause also wie ich einfach zu fuß von der scheiß die politik ist dein ernst die fett sagt warum brennt man ich muss safe sein safe sein ihr wollt echt schocken oder warte was passiert eigentlich wenn ich die snipe so unbemerkt so ungesehen so ähm so ungesehen so kann ich dann so echt unendlich snipen keine ahnung ich gehe irgend so ein dach ich brauche ein heli oder so ist es dein ernst du hast mir hier nichts zu sagen also ich verschlag dich sollte nämlich polizisten zeigt mich ja ja brains brains zombie apoca wenn ihr bock habt dass ich mich kanal auf meinem pc machen dann auf den daumen nach oben kaputt auf jeden fall sehen ich sage euch wenn ich fünf daumen nach oben kriege dann auf einem video dann gibt's den pc hat den daumen nach oben kaputt oder headshot ist es echt mein ernst aber sind muni ja für magazine für was weiß ich was was geht sie das an warum laufen hier überall solche warum guckt er so krimmig älter der psico 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 ja der fett sagt mit dem bart sagt auch was wenn ich mit dem motorrad von der polizei wegkomme dann schreibt mir in die kommentare shit 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 mit motorrad ist so immer umständlich bei den unfällen guck habt ihr ja das passt auf muss meistens mein ding in mein motorrad immer wegschmeißen dass die typen sich endlich mal so beruhigen so gefühlt alter hinter mir fährt irgendjemand wieder zwei hohen das ist doch krank wie viel polizei hier ist in den laden in den laden bin laden in den laden näher weiter wieder schaffe ich es raus 3 Helis. Warte. Ja, Heli. Heli. Oh, da waren wesentlich mehr Leute. Warte. Ich muss leiden. Polizist. Heli fahre schneller. Jetzt ist alles ruhig. Sniper und alles ruhig. Hallo. Was? Du sagst, ich hab ne Pistole. Was wollt ihr mich eigentlich ficken? Was schlägt für mich? Ah, mit der Shotgun ist das am lustigsten. Tod. Oder Leben. Ich glaub, man wird direkt auf 3 Sterne gebufft, wenn man einen Polizisten tüttet. Alter, guck ich hin. Auf den Menschen. Alter, bist du verliebt? Junge. Du Pidofiler. Was machst du jetzt? Dich umschmeißen, ne? Was machst du jetzt? Aufschneiden, oder? Was hast du eigentlich für Probleme, Mann? Hast du eine psychische Störung? Steh. Oder Leben. Wie kannst du das jetzt? Liegst du jetzt, oder stehst du? Fetzig. Alter. Alter! wenn euch das spiel drückt oben so ruhig bleiben du verpiss dich erst mal ja die frauen bleiben noch stehen oder oder stehen bleibt nicht stehen ja entschuldigung wenn du kannst dann schließlich so hier bleiben ich habe keine familie ich dachte nicht dass dieser fett sagt da so wie john cena begrennt alter hast du diesen fett sagt da gesehen der sowie john cena rent dieser fett sagt er guck wenn ich jetzt so guck der rente einfach wie john cena seht ihr es nicht john cena sondern usain bolt usain bolt alter usain bolt usain bolt los ich gebe dir zehn mark wenn du es schaffst die nicht mehr in sind 10 g 10 g wette okay der fettsack ist zu dumm ich muss dich von deinen qualen erleiden die polizei war her mein hand schläft einmal land ja erst mal ins poli poli wir gehen in die wüste und fest was wir dann machen dann versuchen wir irgendwas richtig cooles mit dem wagen zu machen tun wir den 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 schläft einmal schläft einmal kennt ihr das ist so richtig eklig Sonst im Auto heim. Was? Warte, die Felgen? Das ist ja schade. Ich will den aber so richtig demolieren, den Wagen. Oh shit, warte. Wie schnell der Police ist, Alter. Ah, die Musik passt, Alter. Ah, Police. Demolier den Wagen, demolier den Wagen, demolier den Wagen, den Police Wagen. Der wird gerade abgeschossen. Seht ihr das? Rift. Erstmal auf Geschwindigkeit kommen. Alter, verpisst euch doch. Oh man, diese scheiß Reparatur, Alter. Ich soll die verkaufen. Die habe ich mir für Diamanten gekauft. Ja. Oh Leute, umfahren mit dem Polizeiwagen, Alter. Da war gerade auch die Polizei. allnende klingel sind. Das ist ja, die schmKA müssen. Oben. Wenn jetzt. Ich weiß ja nicht so ganz, was ich da machen soll. Ja, erst mal Geld eingesammelt, Kohle. Schön die Kohle einsammeln. Hier. Zack. Alles demolieren. Was rahm ich hier eigentlich? Ich bin doch die Polizei. Ihr müsst mich alle durchlassen. Federwagen. Zack. Zack. Erstmal Geisterfahrer, Polizei. Oh, 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 oh. Kaufen die mir es ab? Kauft die Polizei mir es ab? Die Police? Fuck, wer Police sind? Kann ich, Stern? Ja, ich bin gerade auf Mission, Bruder. Da sitzt mein Bruder drin, Mensch, was. Ja. Ah ja, der kauft mir ab, Alter. Oh, das war ein guter Römer. Und jetzt richtig auf die Geschwindigkeit kommen. Soll ich die schnell, richtig schnell, richtig boost? Alter. Fehl beendet. Ja, Hitliste. Was weiß ich. Ah, meine Hände schlafen wieder ein. Nein, schlafen. Oh. Was? Was? Habt ihr den Stunt gesehen? Das war so geplant. Alter. Meine Hände. Ich will ein bisschen mit den Haien herum, Bruder. Was? 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 Hä? Ah. Hä? Weil ich den Wagen kaputt gemacht habe. Weil die nur nach vorne haben, dass ich nicht... Was machst du direkt, Alter? Witzig. Da war gerade ein Lamborghini. Das bin ich eigentlich. Das kann ich eigentlich. Alter. Alter. Schneller, schneller. Und. Schneller. Und, 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 und. Da war gerade Reparate. Oh, oh, oh. Da ist ein Typ, der krank ist. Komm. Komm her in den Bauch. Hallo. Alter. Willst du noch einen? Oder? Willst du nicht? Alter. Alter. Der hält auf Reichweite. Was für ein Wichser. Ja. Wurde ausgemacht. Ja. Ficken, oder? Scheiße, oder? Was hast du? Die sollen doch immer was in der Leiche haben. Das war ein uncooler Typ. War ein nicht cooler. Aber, naja, erst mal einfach abgeben, ne? Binomia Level 1. Was gibt's so Wagen, Alter? Au. Ich sterbe einfach. Oh, wie lange nehmen wir hier auf? Wie lange? Ja, Leute, dann will ich sagen, das war's mit dem langen Part. Ich hab früher auch immer lange Parts gemacht. Und ja, danke fürs Zusehen. Ciao. 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 Vielen Dank.